Copilot, Copilot! Setzen Sie alle, wir fahren in Gang. Ich hab alles unter Kontrolle. Immer weiter der Nase nach. Es ist heute ein guter Tag. Du musst erst mal vorkosten. Ja, wie denn du willst? Komm, jetzt komm schon her. Ja, warte. Du Indianer. Indianer? Ich bin nie in Armstrong. Mia bei Eloise? Ja, wir haben uns gerade was zu essen gemacht. Leon, Mama fragt, ob du dich auch drauf anstellst? Du bist ja doch die Freche. Echt, Mama, der hat heute so eine Energie. Ich erkenne den kaum wieder. Ich dachte, wir könnten vielleicht... Hallo? Mama, ich hab noch nicht mal zu Ende geredet. Ja, ist mir doch egal. Was hältst du vor, wenn wir das Universum da draußen heute mal unsicher machen? Ich komm endlich! Sofort! Was ist das? Die Rute zum Mond! Ah, perfekt! Ich kann ja nicht mehr schief gehen! Na ja, wir brauchen erst mal noch vernünftige Ausrüstung. Fangen wir mal hiermit an. Wir können ja zum iPhone gehen, wo Eis ist. Ready for take-off? Ready! Oh, das ist immer fertig! Was ist eigentlich dein Lieblingswort? Das ist mein Lieblingswort. Das kriegst du zurück! Das gibt's doch nicht! Genau, die Spaß haben wollen. Doch, das gibt's. Sollten sie auch mal versuchen, das Spaß haben. Das ist eine Frechheit! Das war eigentlich ein lieb gemeinter Rat! Wer war's? Wer war's? Boah, stehst du auch zum Verkauf? Nein, der gehört mir! Boah! Hast du eine beschützende Schwester? Meistens mag's mir eigentlich loswerden. Das glaub ich dir aber wirklich nicht! Können Sie sich vorstellen, dass wir jetzt zum Hof leben? Wie? Di ecke. Mar Korb? Das soll einmal kam. ittoen oder gerät abome Hann они Lana! Sa lockerschöne Lotta? Das soll drei Kilometer vernez gezungen! Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Koordinaten! Wir sind gelandet! Weißt, manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt auf die Welt kehren. Vielleicht bin ich bald wirklich Weltraum-Astronaut. Oder wie Feuerwehrmann und löscht die Blitze, bevor sie auf die Erde kämmern. Ja, du hast völlig recht. Da kommt noch so viel mehr, noch so viel Größeres, Schöneres, Unglaublicheres. Aber weißt du? Irgendwo da draußen, jenseits unserer Welt, da gibt's keine Grenzen. Du kannst alles werden und noch viel mehr. Komm, wir gehen. Mama wartet bestimmt schon. Das rät sie ja eigentlich! Sag einmal, was ist euch da eingefallen? Mia, nimm das bitte, bring das in die Küche! Wo ist denn dein Atemschutz? Du musst jetzt draußen immer einen Mundschutz tragen. Wo hast du deinen Mundschutz? Hat sie ja? Das habe ich aufgehauen. Ja, wo denn? Hast du steigen müssen? Ist das schlecht? Gut, jetzt ab ins Bett und Jacke aus. Ich meine Mia, was soll das? Was habt ihr da angestellt? So, komm! Wo fahrt ihr eigentlich? Ich weiß nicht! Schau doch! Ihr seid bis zum Meinfeld gefahren. Das gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so groß ist. Ich habe ihn mit einer Maske. Das gefällt mir immer wieder. Ich habe ihnen die Ereignisse. Ich habe ihn mit einer Beziehung. Ich habe ihn mit ein einzelnen Dynamik. Ich habe ihn mit einer Beziehung. Ich habe ihn schon zu klein. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich ... und dann ... Mama, ich glaube nicht mehr. Ich habe das Album nicht mehr. Ich weiß. Ich weiß, wie ich mich. Ich bin 20.000 Jahre alt. Sind wir eigentlich schon gelandet? Was, das war eilig. Circa 100.000 Kilometer liegen noch vor uns. Das heißt, in Stunden oder Tagen haben wir eigentlich genug Improviant dabei. Oh nein. Wir haben die Spaghetti vergessen. Wir haben Chips, das reicht. Stimmt. Chips mit Zahnpasta-Geschmack. Danke für den schönen Tag, Mia. Immer wie auch gern. Alles wird gut, Leon. My name is Armstrong. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020